Hallo bei den Spieltaktestern. Heute sind wir im Tierpark Schwarze Berge und wir nehmen euch ein bisschen mit. Möchtest du noch ein? Guck mal. Ei, fein. Yum, 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 yum. Kleine Frischlinge. Kleine Frischlinge. Seid ihr süß? Dürft ihr das essen? Schmeiß hin. Ich glaube, die sind zu klein. Die trinken bestimmt noch. Wer ist das, die Mama hier hinter dir? Ja, das ist die Mama. Mama hat großen Hunger. Ich gebe ihr ein bisschen mehr. Die muss die ganzen Schweinchen-Babys füttern. Borstig, ne? Nicht so schön kuschelig wie die Ziegen. Yum, 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 yum. Das ist die Kamera. Das ist die Kamera. Sie ist ja klein. Sie ist ja ein bisschen kleiner. Sie ist ja ein bisschen kleiner. Sie ist jaibalcker. Ich bin todavía gut geworden. Hast du zwei neue Freunde gefunden, Hanna? Mindestens, ne? Hier schläft jemand. Gute Nacht. Da steht, Tierfreunde klopfen nicht gegen die Scheibe, weil der schläft. Nein, der darf nichts essen. Oh, das war deine Jagd. Oh, eine Höhle. Du kannst einfach durchkrabbeln, wenn du willst. Vorsicht, da kommt ein Hund von der anderen Seite. Und jetzt gehen wir zum Essen. Genau. Hier ist das Essen. Ja, aber da waren wir schon. Süße, wir sind ja hier. Und wir wollten zum Imbiss. Das heißt, wir gehen hier jetzt einmal den Weg hoch. Und dann hier, wo der Kaffeebecher ist. Die sind aber süß. Das döst das Meerschweinchen. Ach, da unterm Körbchen sitzen auch welche. Siehst du das? Das sind Babys. Echt? Ein Baby. Oh, die Haare sehen aber auch schon ordentlich zottelig aus. Das muss mal ordentlich gepflegt werden, das Pferd, ne? Ja. Gut, dann setzen wir uns hier hin. Guck, dass es scharf ist. Diese Nalko ist scharf. Schmeckt wie Zitronenbrause. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt. Und haben Pommes bestellt und Chicken McNuggets. Und was haben wir da? Einer, der uns das Essen bringt, der macht das Pipi. Ja, uns bringt keiner das Essen. Warte mal, ihr habt ein Haar auf der Linse. Das macht brumm brumm, wenn das Essen fertig ist. Und dann können wir uns das abholen. Was hast du? Pommes mit Chicken McNuggets und Capsack. Und wie schmeckt's? Immer das Gleiche, ne? Immer Chicken McNuggets. Was ist das denn für ein Mörder Chicken McNuggets? Das ist das Eis. Eis, heiß, heiß. Und ich hab Toodlesalat. Und wir teilen uns Pommes. Und Papa hatte ne Currywurst. Wofür ist das hier? Ach, da steckst du es in das Schweinchen rein? Ja, aber dann Currywurst. Und dann meinst du Currywurst da rein? Okay, steck rein. Nicht auffangen! Zack. 20 Cent weg. 20 Cent weg. So schnell geht's. Anna und Elsa. Oh, das Baby. A Mach piegel. Hallo Herr Gantz oder Frau Gantz, Frau Gantz? Ich glaube, das magst du nicht, was Hanna da hat. Das magst du nicht? Guck mal, die denken alle, du hast was Feines. Bis wo gehst du? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das war's. Das war's. Ja, unter dir schwimmt jemand. Unter mir? Da auch, ja. Der kommt gerade auf der anderen Seite durch. Genau da, guck mal runter. Ja, guck mal runter. Der Düsse. Oh, hallo. Hallo. Schnell weg, Sosta. Schnell weg. Hi. Hi, Fisch. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Weck erlaubt. Kommt er bestimmt auf der anderen Seite wieder raus. Da, guck mal. Oh, mit Baby. Guck mal, die kleinen Füßchen. Hallo. 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 Quizfrage des Tages. Welches Tier ist hinter diesem Gitter? Hanna gibt einen Hinweis. Fängt mit Auuuuh an. Ich nehme die kleinen. Die kleinen? Okay, geh rüber. Links. Links. Das andere links. Genau, da, stopp. Das sind die kleinen. Und ich muss wieder die großen Füße nehmen. Tada. Bis zum nächsten Mal bei dem Spielzeug. Sag erst dann tschüss. Guck mal, wie schön das hier ist. Und was darf man da nicht? Runterpurzeln. Sonst fällt man im Teich. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.